Sie werden uns auch in den kommenden Tagen hier noch ganz oft auf jeden Fall besuchen. Sie werden sich auch um euch kümmern. Dafür gibt es auch diese Graben hier unten, traditionell. Wie im letzten Jahr, wir würden euch an dieser Stelle übrigens bitten, bitte nicht rüberklettern, tut euch gar nicht weh, passt da bitte auf euch. Und auch den anderen nehmen euch so ein bisschen auf. Jetzt kommen die Herrschaften von Pizmito, wie ihr sie kennt, freuen sich natürlich über einen großen Applaus. Applaus! So, und die Herrschaften von Pizmito gehen jetzt hier direkt los mit dem, was sie am besten können, nämlich mit Let's Play gespielt wird Mario Kart und so ein Stück weit zum Warenfahren. Denn heute wird es ja auch unsere Telekom Mario Kart 8Kam hier auf der Bühne geben. Da werden die Pizmito natürlich auch dabei sein, hier fangen wir auch mit. Mit Freude ist am Start, David Hine ist am Start und viele weitere freuen wir uns auch drauf. Wir freuen uns jetzt erstmal auf Pizmito und Grube Mario Kart. Ganz viel Spaß, wir sehen uns später wieder. Schön, dass alle da sind. So, dieser Song ist gut für mich. Einen wunderschönen Vorwort zusammen, aber noch einen wunderschönen Vorwort an die Technik-Zeit. Hallo Technik! Hallo Technik! Jetzt schon Eifer! Wir haben unsere Mikro-Spiele hier. Eigentlich, eigentlich wollten die beiden hier sofort Mario Kart 8Kam hier, die suchen sich hier sofort. Ihr könnt schon mal gehen eigentlich, sucht euch schon mal Gehter. Der will ja mitspielen. Ah, boah, das ist noch ein bisschen, wir haben uns doch mehr zuhören. Der will ja mitspielen. Also, ich mein, gegen Jay und Christian, das heißt, wir haben sowieso gewonnen im Endeffekt, also jeder kann mitspielen. Also, ich hab mich extra zurückgehalten, ja? Ja, sonst wäre Ulf, ja. Du brauchst auch einen Mitspieler. Er hat first pick, wen zum Jay, ne? Jay, willst du nicht ein Mikrofon dafür haben? Ja, willst du, oder? Ja, willst du, oder? Ja, das geht aber leider nicht. So, wer möchte ich jetzt? Der ist für den Mario Kart! Ja! Nein, 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 nicht ab sitzen. Einmal komm um die Bühne, dann lass wir nicht rein. Wer hat Angst vor blauen Mann? So, jetzt bist du im Mann. Du bist ein ganz schöner Sack, weil eigentlich wollen wir ja Juck und Mädchen, die Juck und Mädchen, Und ich weiß, er ist nicht spannend. Ja, das ist ein S. Wer kann ihn hier machen? Da, das Mädchen. Ja, das ist dann wer denn? Wer denn? Wer denn? Das ist ja nicht so. Hey, das funktioniert. Du. Aber das ist ja auch mal so. Man muss hier nicht vorkommen. Ja, wir sind heute alle außer Hadi, wa? Ja, heute ist Hadi noch nicht da. Der ist heute Mittag, glaube ich. Sehr gut. Äh, ja. Also, Hadi ist heute Mittag da. Wir sind heute auf 15 Uhr, ist Mario Kart direkt hier. Von der Klinik, dass die da mit dabei sind. Wir müssen schnell auch alle Infos zu kriegen, wie wir sie haben. Auf jeden Fall habt ihr dann die Möglichkeit gerne mit uns mit zu spielen. Und dann könnt ihr ja auch viele Brüder ein bisschen Mario Kart zocken. Und dann könnt ihr ja den ganzen Tag zurückgucken. Um 15 bis 18 Uhr geht das Ganze. Stimmt eigentlich um 15 bis 20 Uhr. Und... Das soll halt nur Hadi danach, weil der ist jetzt gerade... Ich weiß es gar nicht. Nicht hier. Ich bin vorhin verloren im Bett und ich hab mit dem gekuschelt. Ich hab' noch nicht. Und ich weiß es mal, fühlst du doch lechsten schon Säger. Jetzt erwarten alle, als ich singe würde. Regen! 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 Das solltet ihr jetzt Gaye! Regen! 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 Wir haben doch keinen G-Preis. Wir haben doch keinen G-Ma anbisch bullen, wisst das so. Kommt die G-Ma wieder an, sag mal jemandem. Haben wir da schon einen zweiten Mitspieler? Keine Ahnung. Christian Allein. Christian Allein. Christian Allein. Jawoll. Wir bringen mal ganz kurz das Ganze ab. Wir haben jetzt Keanu, Jay und ich habe hier Sarah. Und wie ist der junge Herr im Blauen? Keanu. 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 So. Läuft das hier? Keanu. Läuft das hier? Ich weiß nicht. Wo seid ihr denn? Ich weiß nicht. Wir spielen allein. Wir müssen mal ganz kurz aufs Krumm rennen. Schatten da unterhalten. Nein, da geht jetzt mal Karten. Moment mal, ganz kurz da oben noch, ja? Hast du Geburtstag? Ja. Okay, passt. Jetzt haben wir den Ausweis. Peter? Moment, hallo. Hört auf mich. Hört auf dich? Hört auf dich? Hört auf mich? Tja, nicht mal an. Allein? Hört auf mich mit dem Gruppe. Aber noch. Gibt es jetzt noch einju! Vielleicht ist es immer wieder vor. Hört auf mich mit dem Ring? the last day? Okay, also. Gibt es noch einen Ring? Ansonno. はい. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Angelo! Happy Birthday to you! 18 Jahre! Bravo! So, ich hoffe, damit konnte ich jetzt ein bisschen die Zeit überpumpen. Und mir ist aufgefallen, wenn ich schneller rede, hören wir schnell dazu. Guck jetzt mal, wie schnell die da hinten sind. Seid ihr fertig? Gut! Heißt das die A? Gut! Okay, wer bist du denn? Sarah! Was machst du hier? Äh, ja, Spieltest! Geh doch nicht immer weiter weg, ich muss dann immer weiter mit dem Mikro hinterher. Wenn du bist nervös, das macht gar nichts. Was ist dein Lieblingscharakter in Mario? Dein Lieblingscharakter in Super Mario-Kartner. Oh, das ist aber scheiße. Was ist denn euer Lieblingscharakter? Wir gehen mal kurz durch. Best und Blue, ja, Mario. Ja, der Scheiße. Aber noch? Luigi? Hey, Sam! 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 Okay. Toad? Bravo! Cooper? Bravo! Mit Luigi? Mit Mario? Bravo! Ah, scheiße. Hallo? Hey Dennis, wie gibt's denn? Ja, danke Dennis, mir gibt's ganz gute Neustach. Ja, konnte ich, ganz okay. Fangen wir uns endlich an. Hallo, wir sind ja bei Games. Oh, das ist das eigentlich, was ich eben sage. Okay, wir machen jetzt an. So, Ladies and Gentlemen, wir fahren jetzt an über Mario-Kart! Ah! Uh! Oh! Was? Was? Ja, wer ist denn wer? Das ist mal eine ganz wichtige Frage. Wer bist du? Scheiße, so? Nein! Ich bin Mario-Kart! Tot! So, okay. Küss! Äh, Luigi! Luigi! Ah, 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 ah! Donkey Kong! Donkey Kong! Nein, ich glaub ich bin Mario! Du bist Mario! Das ist Mario! Ja, wie spiel denn jetzt? Panzer Cup? Nee, Bananer Cup? Äh, ist okay! Panzer Cup! Ach so, ihr könnt ja auch noch sehen. Was ihr gar nicht wisst, ist, wir haben hier zwei Bildschirren. Das heißt, du kannst auch da spielen. Boah, ist mir warm. Ich kann leider nicht hier runter, ich muss das nicht machen. Aber, da hinten steht Peter, wenn noch größer drüber. So, los geht's! Jetzt erwarten wir ein sauberes Schritt, meine Damen und Herren. An dieser Stelle. Hey! Wow, alle mit dem Präumstart hier. Ach ja, auch der 2-Schein Luigi. Also, grüßt ihr auch wieder alleine raus? Spielt ihr eigentlich online? Hä? Spielt ihr online? Äh, nee, ich spiel das gar nicht. Ich spiel das mal. Okay. Ist voll gemein, weil ich ein bisschen kaffee, oder? Nochmal. Ist voll gemein, weil ich blieb jetzt nicht davor, oder? Ja, ein bisschen. Also, ein bisschen ab hier. Na, mehr legen wir nicht meine Dach. Wie man kann sein weiter? So, Sarah. Sarah ist so schöner als heute den ganzen Tag. Hallo, Sarah. Ich bin ein bisschen so. Ich bin ein bisschen so. Ich bin ein bisschen zweiter. Du bist dein Sexte. Ja, ich... Alter, ich kann es nicht. Lauf bei dir. Sind wir jetzt? Ja, ich will das wirklich hin. Ja, ich will das wirklich hin. Ja, ich will das wirklich hin. Wir hast dich nicht schriften lassen. Das ist eh mit seiner Bestandteil. Ja, jetzt kriege ich dir die Rote. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Jetzt mal kurz einen Applaus für Sarah, oder? Ja, komm mal, ey. Hey, hey, hey. Wir haben ja jetzt mal ganz schön, den Zug nahm werden. Alle mal hinsetzen. Ich gucke mir die Rotele. Ich gucke mal. Ach so, ich gucke mal. Aber jetzt ist das ein Abo. Jetzt ist das ein Abo. Ja, dann ist das ein Abo. Nein! Seid da! Seid da! Seid da! Scheiße! Das ist ein mega krass! Nein! Nein! Scheiße! Nein! Nein! Euch hat unsere Runde! Bis dann! Ich habe Spaß damit! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist ein kleines Runde! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das ist aber ein bisschen weit! Das ist knapp bis dahin, muss man sagen! 1, 4 und 4 und 5. Das ist das andere Wort! Oh Gott! 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 Du bist ja nicht gut! Ich weiß nicht, wann doch die Steuerung der Gäste haben! Das kann aber erster sein, das ist klar. Kann man mal gleich nicht hören? Ich glaube, wir haben ein Zettelstriebe, wir könnten Christian und Jonny hören. Was ist? Hallo und alles? Können wir mal hören? Okay, ich klär das mal ganz kurz. Wenn ihr mich hört, schreit einmal! Schreit auf! Gehen wir nicht gleich? Sehr gut, sehr gut, sehr gut! Warte, er hat erster? Ja, er hat erster. Und wo ist erster? Ich habe es auch. Ich habe es auch. Oh nein! Ja, ja, klar. Was? So, die 50. Also... Da habe ich jetzt... Die Krake! Fuck! Eure Mikros gehen nicht vernünftig! Was liegt nicht von euch? So, ich denke nicht rein. So. Ich werde euch jetzt nicht dazu schauen. Kann ich jetzt mal nicht die Einwagen geben? Ich sage jetzt ein Mikros für euch. Es ist drei Stück. Aber was hat das noch? Nein! Kaum! Was ist denn Kaum? Kaum! Kaum! Kaum ist nicht! Das ist auch nicht Kaum! Das ist nur noch! Alles! Ich habe mich nicht... So, halt! So! So, los geht's! Jetzt! Aber war's! Ja, das ist gut! So! So! Wie ist das? Ja, voll! Aber jetzt wird's ja angekündigt, das wäre! Das gebe ich nicht mehr wieder! Oh! 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 Eis! Oh! Oh, das war jetzt mal etwas schlecht. Lass man das mal machen. Ja, und ich weiß, die Pizze sind besser als hier. Geht deutlich mit Maske. Also. Zieh man da schlecht ein bisschen Maske? Ah, ok. Nein. Ich tucke meine Ahnung her. Scheiß. Ah, noch nicht. Binge. Schatz ist doch keiner. Tust, 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 tust. Jetzt nehmen wir noch mal Gas noch. Hopp, hopp, hopp. Männer. Tust, 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 tust. Das hört mich doch ganz vor, oder? Sag mal ja! Ja! So, sehr gut, ihr wisst, dass wir ein Problem haben, was wir dann nicht lösen können. Wundervoll! Ich glaube, es ist gerade ein Mikro, aber... So, jetzt gehen wir mal wieder. Sag mal, wann machst du denn? Dann hast du zwölf. Ja, ich bin auch. Du darfst nicht mal weg. Ich weiß! Ich weiß nicht. Okay, das war's, oder? Das war's, oder? Das war's, oder? Das war's.